Nächstes Jahr touren sie durch deutschland. Wir hatten sie schon jetzt. Das Bon Jovi Greatest Hits Geheimkonzert. Sie waren dabei. Sie wollen wissen, wer der Mann hier ist. Meine Damen und Herren, viel Spaß und herzlich willkommen mit John Bon Jovi. Willkommen zum Exclusive Radio Konzert. Wir sind sehr stolz, diesen besonderen Konzert zu presentieren. Sind Sie stolz, auch? Ja, ich bin sehr glücklich. Ich weiß, dass die Antwort sehr großartig ist und es hat viel excitementmacht. Ich bin immer glücklich, in Deutschland zu sein. Ich habe die Idee von Ihnen, dass Sie bei 7,000 Menschen spielen und jetzt bei 500 Menschen spielen. Ich bin immer glücklich, wenn Sie bei 8 Menschen spielen können oder 80,000 Menschen spielen können. Sie werden immer noch ein gutes Spiel geben und geben es all. Die Frau ist ein schönes Spiel, das ist was Sie selbst. Sie haben mich überrascht. Sie haben mich überrascht. Sie haben mich überrascht. Wenn Sie in der Briefe sind, Sie können frei werden. Oh, your love is gone Do you know the game Rock Band? Yes. I'm an expert player on drums and living on a prayer. Right on. I think I'm going to beat you. I bet you can. I bet you can. My wife was playing, my kids were playing, and they said, come on. I said, no, come on. All right, give me the microphone. So I took the microphone, wanted comes on, I start singing along with it, and fail. Now I stand up, and I breathe deep, and I go, let's go again, and fail. Son of a bitch, I said, everybody go to bed. Turn the game off, we're going to bed. That's it. Are you happy with your life? All the things that you've done. Yeah, very few regrets. You know, very few. Very few. We're still alive. We didn't have anybody, you know, lose a member. We're still enjoying what we do. We're very successful at it. We enjoy each other's company. Can't complain. We've been blessed. We are brought to you. We are born. Untertitelung des ZDF für funk, 2017